Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 54.200 US-Dollar, richtiges Blutbad am Kryptomarkt, aber ich sage seit Wochen, dass wir nochmal einen größeren Abverkauf sehen werden. Und im Endeffekt ist es jetzt eingetreten. Wir sind jetzt eigentlich perfekt an den ersten Kaufkursen, wo es sich jetzt wieder lohnt, Bitcoin einzukaufen, wo es sich drüber nachzudenken lohnt, wirklich Altcoins einzukaufen. Und ihr wisst gar nicht, wie ich mich jetzt darauf freue, langsam wieder Altcoin-Videos zu machen, weil jetzt kommen die Kurse, wo man sich wieder Gedanken machen kann, wirklich einzukaufen. Bevor wir jetzt aber starten mit dem Video, lasst dem Video schon mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch eine Börse zum Traden sucht, dann kann ich euch nur meine Partnerbörse Bingix empfehlen. Dort könnt ihr auch alles, was wir jetzt hier besprechen, traden, kaufen oder Sonstiges. Link dazu unten in der Videobeschreibung, wenn ihr beim Gewinnspiel immer noch dabei sein wollt, immer eure User-ID in Telegram oder unter das Video reinschreiben. So, jetzt aber keine Zeit verlieren, ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Ich war die letzten Tage ein bisschen offline, war unterwegs, aber wie gesagt, es hat sich nicht wirklich viel getan. Gestern ging dann erst wirklich die Action los, nachdem wir hier diesen Preisbereich um 58.000 US-Dollar nach unten hindurchbrochen haben. Und seitdem kennen wir nur eine Richtung und die ist nach unten. Hat natürlich auch damit zu tun, wir hatten einen größeren Verkaufsdruck durch wegen Mt. Gox und was weiß ich, was da draußen noch ist. Ist aber alles völlig egal. Der Hauptgrund, warum wir jetzt im Endeffekt so abgekackt sind, so ehrlicherweise muss man es sagen, ist, wir haben hier unseren Support bei 58.000 US-Dollar verloren und haben hier drüben noch diese riesige Ineffizienz. Das war damals dieser riesige Impuls, den wir bekommen haben, wo ich von Anfang an gesagt habe, boah, früher oder später wird der irgendwann mal geholt werden. Und im Endeffekt haben wir jetzt hier diesen Preisbereich, hier diese Ineffizienz fast gefüllt. Also wir haben noch ein bisschen nach unten hin Luft, bis knapp 53.000 US-Dollar, beziehungsweise sogar bis 50.000, 48.000 US-Dollar. Da ist das Golden Pocket übergeordnet. Das schauen wir uns jetzt mal ganz kurz auf den Daily-Timeframe an, weil das ist im Endeffekt genau das, was zählt. Haben wir aber jetzt auch schon öfters gesprochen, dass wir einerseits natürlich dieses größere Doppeltop haben, wo ich jetzt, ist jetzt nicht wirklich mustergültig, aber trotzdem charttechnisch passt, sondern mit Preisziel eben hier unten 48.000 US-Dollar. Ob das wirklich so kommt, sei jetzt mal dahingestellt, für mich sind es geile Kurse, wirklich mal jetzt wieder einzukaufen, zumindest mal Bitcoin auf jeden Fall einzukaufen und die Altcoins jetzt auch nach und nach wieder ein bisschen zu akkumulieren. Aber wir haben wie gesagt auf jeden Fall noch ein bisschen Downside-Potenzial vom jetzigen Stand aus, würde ich jetzt mal behaupten. 10% sind da locker noch drin, von unserem Top wären es dann knapp 30% und das ist eigentlich eine perfekte Bullenmarktkorrektur, auf die wir normalerweise immer so warten. 20, 30% sind in Bullenmärkten, absolut normal. Wir sind es nur jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich mehr gewohnt, weil wir seit wirklich Ende Februar, Anfang März keinerlei wirkliche signifikanten Moves mehr hatten. Wir sind nur zwischen 60.000 und 70.000 US-Dollar rumgependelt. Eine größere, fettere Korrektur gab es dann mal hier, aber jetzt innerhalb von kürzester Zeit, dass wir jetzt hier innerhalb von drei Tagen mal, ja was waren es denn, knapp 16% sind, sind wir einfach nicht mehr so wirklich gewohnt. Deswegen jetzt wahrscheinlich vielleicht bei vielen überraschend, aber im Endeffekt war diese Korrektur ja notwendig. RSI-Technisch, wir sind absolut abgekühlt, auch ein sehr, sehr gutes Zeichen. Wir sind im überverkauften Bereich auf Daily-Sicht auf 24 mittlerweile runtergekommen. Waren wir nicht mal damals, wo wir hier bei 56.000 US-Dollar waren. Da müssen wir schon weiter in die Vergangenheit zurückgehen, um mal zu gucken, wann der RSI wirklich so niedrig war. Da sehen wir, das war damals hier bei dieser Kapitulation bei 24.000 US-Dollar, als wir dann wirklich nochmal ewig lange seitwärts gelaufen sind, nochmal zwei Monate und dann erst die Rally gestartet ist. Und das kann ich mir jetzt auch sehr, sehr gut vorstellen über dem Sommer, dass wir jetzt hier weiterhin nochmal ein bisschen weiter runterfallen. Die nächsten Wochen bzw. Monate in Anführungszeichen konsolidieren, bevor wir dann hier wirklich den letzten Impuls in Richtung Bullenmarkt dann bekommen. In Richtung US-Wahlen, was ja dann auch ansteht und sowas. Also da kommt eine Menge auf uns zu. Das ist jetzt für die größeren Timeframes. Schauen wir uns die kleineren jetzt nochmal ein bisschen genauer an. Für mich momentan einfach noch keine Long-Zeit. Also für mich, ich warte hier ehrlich gesagt noch, dass wir hier erstmal in Richtung 53.000 US-Dollar bzw. 50.000 US-Dollar runtergehen. Das ist eben unser Golden Pocket, wo die meisten Überschneidungen derzeit einfach drin sind. Die Ineffizienz wurde noch nicht ganz gefüllt. Der Verkaufsdruck hat zwar ein bisschen abgenommen, aber für mich momentan noch kein Zeichen, hier irgendwie long reinzugehen. Lustigerweise, wir haben hier schon eine Bullish Divergence auf dem 4-Stunden-Timefilm. Wenn wir uns das mal angucken. Höheres Tief im RSI, tieferes Tief im Chart. Würde grundsätzlich dazu passen, dass wir sagen, okay, nee, wir machen jetzt hier eine Long wegen einer Bullish Divergence. Aber ganz ehrlich, Risiko ist einfach zu hoch. In so einem Abverkauf wird man nicht reinlongen oder sollte man einfach nicht reinlongen. Macht keinen Sinn. Wir warten hier auf Bestätigung. Das heißt auch hier möglicherweise kleinere Erholung. Na, wenn es jetzt gehen würde. Kleinere Erholung nach oben hin. Und dann eben mit einem doppelten Boden, beziehungsweise wenn unsere Box hier unten getriggert wird, auch mit einer Bullish Divergence. Und dann können wir uns eine Long überlegen. Aber momentan macht das wenig Sinn. Irgendwie Ausreden jetzt, warum die Märkte so gecrashed sind, gibt es ehrlich gesagt nicht. Gestern war glaube ich noch Feiertag in den USA. Das könnte jetzt heute auch nochmal interessant werden, dass dann gegen Nachmittag nochmal ein bisschen mehr Verkaufsdruck dann auf uns zukommt durch die US-Märkte. Aber wird sich dann im Endeffekt zeigen. Gehen wir zu Ethereum. Auch da sind wir jetzt zwar nicht dahin gekommen, wo ich jetzt im Endeffekt die Long wollte. Im Endeffekt war das ja hier geplant, 3100 US-Dollar. Aber gut, ich nehme auch tiefere Kurse. Auch da könnten wir jetzt nochmal in den Preisbereich von 2500 US-Dollar runterkommen. Das ist ja auch so die Zone, wo ich gesagt habe, okay, da werde ich Ethereum einkaufen. Momentan haben wir hier aber noch einen stärkeren Support. Das heißt, auch hier erinnert einiges so ein bisschen an Doppeltop, was wir hier bei Ethereum mittlerweile ausgebildet haben. Also gleiche Chartstruktur wie bei Bitcoin. Könnte dann auch dazu führen, dass wir hier nochmal einen größeren Abverkauf erleben. Wie gesagt, 2500, 2600 US-Dollar. Das ist eigentlich so die Zielzone, die ich mir erwünscht habe. Aber auch trotzdem hier ist es jetzt, glaube ich, nicht unbedingt verkehrt, leichte Teile von Ethereum zu kaufen. Also wenn ihr mich jetzt eigene Meinung fragen würdet, momentan zwischen 10 und 20 Prozent oder 25 Prozent einfach mal einzukaufen, ist, glaube ich, nicht verkehrt. Und dann muss man sich jeden Altcoin einzeln wirklich mal angucken. Altcoin-Season, wir hatten keine. Altcoin-Season wird irgendwann kommen. Jetzt ist vielleicht genau eben dieser Moment, wenn alles tief rot ist und wir wirklich Support-Zone erreicht haben, dann macht es Sinn, in Altcoins hier wieder reinzugehen. Vor allem, wo ich jetzt ein bisschen nachlegen werde, war einerseits Matic, wo die Kaufzone getriggert wurde. Aber auch hier befinden wir uns jetzt, oder waren wir jetzt bei 42. Kaufzone ist bei 38, die nächste. Auch das passt relativ gut. Ist für mich auf jeden Fall ein Kaufkandidat. Chainlink genau an unserem dicken Support. Sollte dieser brechen, wird aber wahrscheinlich erst der nächste Kaufkurs wahrscheinlich nochmal deutlich tiefer sein. Hier bei 8,20 Dollar. Das sind jetzt so die Coins. Wir werden jetzt nach und nach, jeden Tag wird es jetzt Altcoin-Videos wieder geben, wo ich nochmal auf alle Zielzonen eingehe. Aber ich wollte euch jetzt nochmal die geben, wo ich auf jeden Fall drüber nachdenke oder wo ich jetzt schon wirklich mal ein bisschen was nachgekauft habe. Das ist Chainlink, Matic, Cardano. Auch jetzt wieder in einem sehr, sehr interessanten Bereich, wenn wir uns das angucken, diese riesige Kaufzone hier bei 30 US-Dollar Cent. Auch das eigentlich perfekt für uns jetzt wieder zum Einkaufen. Also auch da werde ich drüber nachdenken. Und was haben wir denn noch so? Low Caps auf jeden Fall. Sowas wie Rio Labs, diese ganzen RWA-Coins und sowas. Jetzt ist dafür im Endeffekt auch der perfekte Zeitpunkt, hier ein bisschen nachzukaufen. und den Rest werde ich mir jetzt wirklich hier jetzt Tag für Tag mal ein bisschen angucken. Sowas wie A0 und sowas. Da muss man sich jetzt einfach mal ein bisschen wieder mehr reinfinden. Aber da werdet ihr jetzt auf jeden Fall jeden Tag auf dem Kanal ein bisschen Updates bekommen, weil jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich auch wieder Bock darauf habe und nicht, wenn die Kurse einfach so wie damals bei Matic oder sowas hier oben sind und euch sagen sollen, ja, ihr sollt jetzt Altcoins kaufen. Never. Jetzt lohnt es sich. Jetzt sollte man ein bisschen Kapital bereit haben, um wirklich den Boden zu kaufen. So, gehen wir mal noch rüber so zu den normalen Märkten. DAX hat sich wirklich noch nicht viel getan. Ich warte hier mal jetzt auf die Eröffnung von den US-Börsen. Momentan eigentlich perfektes Short-Szenario hier oben. Wir haben aber keine Long-Position offen. Deswegen warte ich jetzt hier einfach mal noch ab. Und ich glaube, vorbörstlich sah es jetzt auch noch nicht so wirklich gut aus. Deswegen hier erstmal ein bisschen beiseite. Gold pumpt schon, was dann auch ein bisschen eher dafür spricht, dass die Märkte dann auch ein bisschen down gehen könnten. Wir haben ja hier noch unsere Short-Position offen. Die lebt auch noch. Aber hier würde ich ehrlich gesagt auch nochmal warten, wie wir jetzt weiter vorgehen. Das heißt auch hier, und wir haben außerdem Freitag. Das ist das Nächste. Also Freitag würde ich jetzt sowieso nicht mehr viel machen. Und Euro gegenüber dem US-Dollar. Da werde ich jetzt aber wahrscheinlich sogar nochmal eine Short-Position heute im Laufe des Tages machen. Mal gucken, wo, ob wir uns vielleicht noch hier in Richtung 1,085 oder 1,086. Wäre mir sogar lieber, um dann nochmal einen größeren Abverkauf und einen stärkeren Dollar zu bekommen. Das aber, wie gesagt, wird dann so im Laufe des Tages jetzt folgen werden. Ansonsten, wie gesagt, guckt euch die Altcoins an. Guckt euch vielleicht doch nochmal die ganzen alten Altcoin-Update-Videos an. Damals, wo wir gekauft haben. Das ist schon mal jetzt so, wir haben ziemlich ähnliche Einkaufskurse. Vielleicht minimal höher. Guckt euch die gerne schon mal an. Ansonsten wird jetzt jeden Tag ein bisschen häppchenweise was kommen. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare unten nochmal eure Altcoin-Wünsche reinschreiben, falls ich irgendwas vergesse oder sowas. Aber so viel dazu. Ansonsten, das war es von mir. Wünsche euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Lasst es euch gut gehen. Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder zu Altcoin-Videos. Vielleicht haue ich jetzt auch immer drei am Tag raus. Schauen wir einfach mal. Und ansonsten war es das von meiner Seite. Bis dahin, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto. Und wie immer, stay crypto.